Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video aus der Reihe Tipps und Tricks rund um Path of Exile. In diesem Teil will ich euch einfach mal zeigen, wie ihr eure Chars, eure eigenen Charakter, in Path of Building laden könnt oder jeden meiner Charakter, wenn ihr euch da einfach mal einen aus dem Let's Play ein bisschen genauer anschauen wollt, oder aber auch wie ihr euch von irgendwelchen Bilds auf YouTube die Charakter hier in Path of Building laden könnt, wenn ihr das wollt. Grundsätzlich erstmal hier ein bisschen zu Grundlagen für die, die von euch die Path of Building nicht kennen. Path of Building ist so ein Tool, mit dem man im Prinzip einfach mal gucken kann, wie viel Schaden macht man eigentlich tatsächlich, wenn man sich nicht so sehr auf die DPS zahlen, die ja oder die SPS, also Schaden pro Sekunde zahlen, von Path of Exile verlassen will, weil die ja doch immer sehr sehr schwammig sind, kann man sich das Ganze hier ein bisschen genauer angucken und vor allen Dingen kann man auch sehen, was genau welcher Fertigkeitspunkt am Ende wie bewirkt. Also wenn man jetzt hier einfach mal diesen Bild, ich habe jetzt hier einfach mal einen drin und das ist so ein bisschen so die Vorlage zu meinem aktuellen Klingenwirbel, den ich gerade jetzt hier in der Expeditionsliga in der Version 3.15 spiele. Das heißt, wenn ihr das Video irgendwie später guckt, dann wird das vom Grundsatz her noch genauso funktionieren, aber der Char ist vielleicht nicht mehr ganz up to date. So, aber wenn wir jetzt einfach mal gucken, also wir haben jetzt hier tatsächlich mal die Schadensanzeige und jetzt kann ich eben mal mir anschauen, was passiert, wenn ich jetzt diese Fertigkeitspunkte wegnehme und ich nehme stattdessen die. Dann kann ich mir das hier genau angucken, wie sich der Schaden dann am Ende dadurch verändern würde. Jetzt nehme ich doch vielleicht lieber die. Ich kann das natürlich auch bei meinem eigenen, also wenn ich jetzt selber einen Charakter irgendwie habe und ich will einfach mal gucken, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich die nächsten 10 Fertigkeitspunkte vergeben soll, dann kann ich natürlich hier auch einfach mal so ein bisschen durchspielen, was wäre jetzt, das würde sich positiv auswirken, was würde sich eher nicht so gut auswirken oder was wirkt sich vielleicht am Ende sogar gar nicht aus. Wenn ich jetzt hier so einen Charakter, den ich nicht selbst spiele, reinlade, dann kann ich mir hier auch tatsächlich einfach mal angucken, was hat der für Fertigkeitsgämmen im Gebrauch, was hat der für Items im Gebrauch und so weiter und so fort und was passiert, wenn ich welches Item durch ein anderes ersetze, aber muss dazu sagen, das ist auf Englisch, da muss man sich natürlich dann schon ein bisschen reinfuchsen. Das heißt, ich kann mir jetzt hier tatsächlich mal angucken, was habe ich hier für eine Konstellation, also was für eine Hauptgämmel, was für Unterstützergämmen und ich kann mir hier auch die Items angucken und ich kann sogar bei den Kalkulationen mir noch einige Dinge ziemlich genau angucken und ich kann auch noch Einstellungen vornehmen. Dafür müsste man sich allerdings ein bisschen mit dem Tool mehr auseinandersetzen, aber so für den Einstieg, um einfach mal vielleicht entweder den Fertigkeitsbaum zu haben und sich den irgendwie abzuspeichern oder aber einfach mal zu gucken, was passiert bei meinem eigenen Charme, wenn ich ihn ändere, ist das schon für den Anfang ein ziemlich kräftiges Tool, weil Schadenswerte sind ja immer auf Deutsch und die Veränderungen letztendlich, also die Punkte sind da, wo die Punkte sind. Ich denke mal, wenn ihr das euch vorher angeguckt habt und geht das dann hier einfach nach, dann sollte das relativ gut funktionieren. So, wie lade ich da jetzt aber tatsächlich ein Char rein? Vielleicht sollten wir erst mal die Frage klären, wie komme ich überhaupt an dieses Tool? Das ist ein kostenfreies Tool. Das kann ich mir im Internet natürlich einfach runterladen und zwar sucht ihr dann nach Path of Building und ihr sucht nach Möglichkeit nach der Fork-Version. So, wenn ihr die Fork-Version euch hier quasi rausgesucht habt, dann klickt ihr da einfach drauf, landet dann hier und könnt dann hier einfach die aktuellste Version runterladen und installieren. Wenn ihr das Ganze dann installiert habt, dann könnt ihr es eigentlich starten, macht noch ein Update und dann geht das Ganze los und jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt an die Links, um das zu importieren und wie mache ich das? Also, wenn ich mir jetzt hier einfach auf YouTube mal von irgendeinem Bildmacher eine Vorlage angucken will, dann findet ihr in der Regel hier jetzt ein Video von Big Ducks, findet ihr in der Regel hier unten einen sogenannten Pastebin-Link. Das ist meistens auch entsprechend beschriftet. Da steht entweder POB für Path of Building oder tatsächlich Path of Building, aber denkt dran, die sind in der Regel für die Fork-Version. Das ist eine erweiterte Version der Community und die solltet ihr da tatsächlich auch nutzen, weil fast alle aktuellen Builds sind für diese Fork-Version gemacht oder diese Links zumindest. So, das kopiere ich jetzt einfach mal mit STRG-C, öffne das Tool, gehe hier oben einfach mal auf Import und dann kann ich hier sagen from Website und wenn ich das jetzt mit STRG-V da einfach rein kopiere, dann klicke ich nur noch auf Import. Jetzt kann ich hier unten noch auswählen, ob er den aktuellen Bild überschreiben soll oder ob er einfach einen neuen machen soll. Ich mache jetzt einfach mal einen neuen und importiere das Ganze und dann habe ich den quasi hier drin. Die zweite Variante ist eben, wenn ihr euch euren eigenen Charakter da mal reinladen wollt oder eben einen Mein-Charakter, dann funktioniert der Import dann einfach ein bisschen anders. Dann gehen wir hier auf Import und wenn ihr meine Charaktere da reinladen wollt, dann tragt ihr hier oben rein Doom Cloud LP. Wenn ihr eure Charaktere da euch anschauen wollt, dann tragt ihr natürlich euren eigenen Namen da ein, also euren eigenen Account-Namen bei Grinding Gear Games, also auf der Seite Path of Exile. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. So, klicke ich jetzt hier zum Beispiel auf Start, dann bekomme ich hier eine Übersicht aller Charakter, die in dem Fall entweder ihr oder jetzt ich habe. Das heißt, ihr könnt euch jetzt jemanden raussuchen, würdet ihr jetzt gerade meine aktuelle, mein aktuelles Liga Let's Play gucken und ihr wolltet jetzt zum Beispiel einfach mal wissen, wie der Schnetzelhorst so gerade da steht, dann könntet ihr den hier eben auswählen und dann könntet ihr diese Punkte hier einfach anklicken und dann müsst ihr nur noch hier importieren und da importieren und dann habt ihr tatsächlich den Schnetzelhorst hier in eurem Path of Building. Nehmt ihr da jetzt eben euren eigenen, dann wäre das euer eigener Chart, den ihr da an der Stelle dann eben einfach hättet. Wenn ihr das für euch selbst macht und es nicht funktioniert, dann kann das eben daran liegen, dass ihr euren Account auf Privat gestellt habt und dann kann so eine Quelle wie Path of Building nicht auf eure Charaktere zugreifen. Das heißt, ihr müsst diese Einstellung erst ändern. Dafür gehen wir jetzt hier einfach mal auf die Seite. Ich gehe mal auf die www.pathofexile.com. Ihr könnt natürlich auf die www.pathofexile.com auch gehen. Dann habt ihr die englische Version der Seite und dann klicke ich hier einfach mal auf Anmelden. In der Regel ist das so, dass wenn ihr auf Anmelden geht, dann meldet ihr euch ja hier mit eurer E-Mail-Adresse genauso wie in eurem Client an. Dann gebt ihr hier euer Passwort ein und dann melden wir uns einfach an. So, ich hoffe mal, das klappt. Alle Taxis. Wo sind dann Taxi? Ich würde mal sagen, ich sehe da kein Taxi. Also überspringen. So, Busse. Wähle alle Felder mit Bussen aus. Überspringen, wenn du keine siehst. Überspringen. Ich sehe da keinen Bus. So, mit Ampeln. Ich würde mal sagen, das sind echt viele Ampeln. So, ist da noch eine Ampel drauf? Ich Mann, ich habe ein Glück. Nicht verkackt. So, jetzt gehen wir hier. Jetzt haben hier im Prinzip so die ganze Auswahlmöglichkeit. Ihr könnt eure eigene Charaktere hier angucken, wenn ihr das eben wollt. Aber ihr habt hier auch die Möglichkeit, die Privatsphäre-Einstellung zu ändern. Und da klicke ich jetzt an der Stelle einfach mal drauf. Und dann ist in der Regel bei euch hier bei Profil auf Privat setzen, ist dann im Normalfall ein Häkchen drin. Wenn dieses Häkchen da drin ist, dann könnt ihr nicht auf eure Charaktere zugreifen. Das ist in der Regel der Fehler. Das heißt, ihr müsst das Häkchen erst rausnehmen. Da müsst ihr das Ganze aktualisieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr in Path of Building eure eigenen Charaktere reinladen und könnt dann eben hier im Tree, also im Fertigkeitsbaum mal ein bisschen ausprobieren. Was passiert denn eigentlich, wenn ich diese Punkte hier nehme? Und so weiter und so fort. Oder ihr könnt tatsächlich auch, das funktioniert auch. Ihr könnt zum Beispiel hier bei der Aszendenz gucken, was ist denn, wenn ich jetzt nicht diese beiden nehme, sondern diese beiden. Ist das besser? Ist das schlechter? Und das sind eben so klassische Dinge, die ich hier eben, mit denen ich hier einfach mal ein bisschen rumspielen können oder kann, wenn ich in dem Moment nicht ganz sicher bin. So, das soll es auch gewesen sein. Einfach mal ein Hinweis, wie man die reinladen kann. Also da steht euch auch frei. Ich kriege ab und zu eben mal eine Info, ob ich mal so einen Link eben irgendwie mache. Ihr braucht diese Links gar nicht. Ihr könnt alle meine Chars, ihr könnt euch die Chars aus den letzten Herausforderungen liegen, wenn ihr wollt. Also sofern sie noch, sofern der Fertigkeitsbaum nicht zurückgesetzt wurde, könnt ihr euch da reinladen. Also alles, was ihr euch da angucken wollt, könnt ihr euch reinladen. Ihr findet hier auch unter jedem meiner Videos einen Link zu all meinen Chars. Dann könnt ihr euch die tatsächlich auf der Seite von Path of Exile direkt angucken. Könnt ihr euch den Fertigkeitsbaum angucken, könnt ihr euch die Items angucken und so weiter und so fort. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Tool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.